Es kommt die nächste Überraschung. Ihr müsst nur die Füße so ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Ich streue hier so ein bisschen Waxes, das Paraffinwax, damit es nicht so glatt ist. Ein bisschen auf ein, auf ein, auf ein, auf ein. Okay, zieht die Beine so ein bisschen weiter nach hinten. Die Jungs, zieht die Beine so ein bisschen zurück. So, jetzt haben wir für euch ein lateinamerikanisches Tanzmann. Das Mädel kommt hier aus Lübecke. Und heißt... Carol! Genau, sie heißt Carolin Knost. Sie tanzt schon bei mir, seitdem sie ganz, ganz klein ist. Und sie tanzt jetzt mit ihrem Partner. Er heißt Andy, er kommt aus Osnabrück. Und die beiden sind seit kurzem in der A-Klasse, das ist eins der höchsten Klasse in der lateinamerikanischen Tänze, aufgestiegen. Und freut euch mit mir auf die Super-Latein-Show von Carolin und Andy! Hey, here I am, this is me. Hier ist mir gerade bei acknowledglichen Tänze Neu. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020